Das ist Mrs. Smith. Warst du ein böser Junge? Hast du gegen internationales Recht verstoßen? Spielt ihr Poker? Ich würde gerne mitspielen, wenn ihr interessiert seid. Das ist Mr. Smith. Suchst du einen Job, oder was? Du bist der Job. Paar Dreien. Sie sind die gefährlichsten Auftragskiller der Welt. Ihre Identität wird streng geheim gehalten. Selbst voreinander. Ist irgendwas neu? Ja, die Erbsen. Die Erbsen? Sie war hypnotisierend, unberechenbar. Jetzt hat sie nichts Geheimnisvolles mehr. Es ist so ein riesiger Raum zwischen uns. Und der fühlt sich immer mehr. Hallo, John. Ich brauche Ihr Fachwissen. Ich schlag nicht nur die Zeit tot. Das Ziel ist eine direkte Bedrohung für die Firma. Das darf nicht wahr sein. Das ist unglaublich. Sie ist nicht deine Frau. Sie ist der Feind. Sie wollte mich umbringen. Sie wollen dich alle umbringen. Langsam, schmerzhaft, scheibchenweise. Wie wehrst du dich dagegen? Ich leih mir das mal. Deine Einstellung gefällt mir. Liebling? In diesem Sommer wird die Liebe Hast du den überlebt? tödlich. Hey, John! Hey, Bill. Alles in Ordnung? Ja, dann gute Nacht. Von Doug Liman, Regisseur von Die Bone Identität. Brad Pitt. Komm, Liebes. Komm zu Daddy. Angelina Jolie. Wer ist jetzt dein Daddy? Mr. und Mrs. Smith. Wieso kriege ich die Kinderkanone? Verarschst du mich? Wieso kriege ich die Kinderkanone? Verarschst du mich? 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 Vielen Dank.